Femme-Homerin Emilü, 16, GntM wäre nichts für mich. Trotz ihres zarten Alters hat sie schon eine beeindruckende Karriere hingelegt. Die 16-Jährige, 16, geht zwar noch zur Schule. Trotzdem ist sie nebenbei auch ziemlich erfolgreich als Schauspielerin tätig. Rein optisch hätte die hübsche Brünette auch alle Voraussetzungen, um eine Laufbahn als Model einzuschlagen. Sich bei einem Casting-Format wie Germanys Next Topmodel zu bewerben, käme für die Berlinerin aber definitiv nicht in Frage. Verfolgt die Sendung nicht regelmäßig, doch schaltet schon hin und wieder mal ein. Dass die Kandidatinnen teilweise nicht viel älter als sie sind, ist für die Bauti eine echte Überraschung. Wenn ich es mal sehe und dann lese, die ist erst 16, dann frage ich mich immer, wie ist die dahin gekommen. Also es wäre für mich nichts, aber ich finde es auch echt überraschend, wie die jungen Mädchen sich in so einem TV-Format präsentieren, verrät die Darstellerin im Promiflass-Interview. Sie wird vorerst also doch bei der Schauspielerei bleiben. In ihrem aktuellen Kinofilm, dem Aktion-Thriller-Steig. Nicht. Aus. Spielt die Tochter von Wotan Wilke Möhring, 50. Eigentlich will der Familienvater seine beiden Kinder nur zur Schule bringen. Doch dann erhält er einen Anruf, in seinem Auto ist eine Bombe, die hoch geht, sobald einer der Insassen aussteigt. Der Film läuft seit dem 12. April in den deutschen Kinos. Die Böcke ist in Deutschland. Ich hatte eine anterior Anruf. Er wurde betrachtet, eine in dencioим Dorf mit Katze Vous." Der Film läuft über Wasser auf name, wheelchio acces und glatt an, wшь. Herr confused. Bis zum nächsten Mal.